Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Boah, soll ich da? Hast du ihn, hast du ihn? Da kommt noch einer. Der ist von links gekommen. Was ist das für ein Gemetzel hier? Erstmal Kuchen essen. Hilft immer gegen Stress. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dabei ist der Sully. Moin. Sully, wieso heißt du eigentlich Trice's Kind? Ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich einen Sohn habe. Ja, damals 1998 wurde ich vom Busfahrer ein bisschen geschlagen. Oh. Der hat gesagt, ich soll mich so umbenennen. Weißt du, was das Beste ist? Du bist größer als ich. Ich bin einfach per Zufall auf den Server mit dem Who's Your Daddy Mob Package gejoint. Und jetzt bin ich einfach klein. Okay, ab geht's in-game. So, Leute, wir sind jetzt wieder in-game. Und Sully hat immer noch zu 99% das Start-Ticket. Ja. Und du hast mir mein Zeug geklaut. Was bist du? Ich hab ne Tierhose, Sully. Alter, ich hab Iron-Hardisch. Guck mich jetzt mal an. Ich bin Iron-Man. Nein, ich kann ein Foto machen mit dir. Ach du, über uns, über uns, über uns, über uns, über uns, über uns. Der hätte auch gerne ein Dioschwert bevor, dass ich... Oh, oh. Der hat einen Heilungstrank genommen. Der hat irgendwas intus. Das ist ein Stärketrank gewesen. Wo ist der? Ich bin auf 3-Hardisch. Alter, was ist der? Wie geht's? Wie geht's? No, ich hab' ich ihn direkt gegeben. LOL. Der Nächste ist noch auf seiner Home-Insel. Komm, den holen wir uns auch gleich noch. Ich bin auf 5-Ferzen. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen abgeragieren. Nö, ich bin gerade doch erst richtig abgeworfen. Pass auf, der ist von oben, oder? Der ist von oben. Der baut sich hoch. Kannst du was? Ich hab' mir an Skiller. Oh, oh. Ganz knapp. Aber du. Ganz knapp. Aufs Nuttisand. Der ist cool. Der ist über uns. Pass auf, er macht MLG. Sully, Sully, Sully. Geh weg, Sully. Schaust du ihn? Komm, komm, komm. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Nice. Wie du den rasiert hast. Ich mach schon wieder gar nichts. Ich stehe nur da neben mir mit Zuschauern. Komm hoch, komm hoch. Lass hochgehen. Safe? Wie hoch geht es noch, Sully? Ich bekam langsam Höhenangst. Geh zurück, geh zurück. Oder? Ja, wie? Erst willst du hoch und dann willst du... Oh. Ähm. 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 Du bist gar kein Abfucker. Sollen wir runtergehen wieder? Ich setz' die Wasser runter. Geh runter. Okay. Bin unten. Oh, ich gebade. Sully, pass auf. Nee, du wirst schon sehen, was ich mache. Er soll runterspringen. Er springt nicht runter, glaubst du mir. Er baut sich weiter, wie ich es gedacht hatte. Er baut sich zu mir, oder? Nein. Pass auf, er geht zurück, er geht zurück. Er schaue von... Oh, oh, er hat das Cockabend gebaut. Sully, geh. Achtung. Alter, weg. Ich bin wieder. Sully, komm zurück, Mann. Ja, geh mal weg. Oh. Als ob. Als ob du den geholt hast. Wir spielen hier eindeutig mit einem Profi. Ja, ich dachte, ich bin in Luke. Ich bin in Luke. Sully, für das, dass du nur das Starter-Kit hast, bist du so richtig gut. Sully, weißt du, was ich kann? Oh. Und ich bin auch. Könnt mir, können wir, können wir. MLG. And his name is Trice. Der nächste Gegner. Brillen, Tschödi. Hi. Ich hab was Schönes für dich. Unsichtbarkeit. Weißbrot. Lass die Wasser da. Darf ich mit? Ja, komm. Achtung. So, ich... Oh, nein, 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 nein. Zwei, jetzt, drei, jetzt, drei, jetzt, drei, jetzt. Das Trice ist in Ruhe. Nein. Olli. Ich rette sie. Olli. Also, wenn man jetzt die Wurzel von dem Try-Move minus zwei macht, hätte ich es eigentlich schaffen müssen. Ähm, Sully, war die Berechnung richtig? Ich will sagen, was ich zum Abschluss gebe. Was denn? Ich werde dir den Win holen. Du wirst den Win holen? Aber die mathematische Gleichung von dem Try-Move minus zwei berechnet keinen Sieg. Ich werde das System zerstören, Amenakoy. Dann bist du der Meister des Try-Move-Nus. Oh, nein. Oh, Gott. Jetzt bin ich gespannt und zerstöre das System. Sully, zerstöre es. Oh, shit. Oh, Sully, jetzt wird es spannend, jetzt wird es spannend. Eis auf, Eis auf. Sully hat das System zerstört. Sully zerstört, komm, wir hatten den Punkt nicht. Aber wenn man den Quotzenten aus zwei und die Wurzel mit dem Try-Move zieht und dann Sully dazu rechnet, hattest du eine 0,000... Ach, scheiß drauf. Die Rechnung ist scheiße. Okay, eine machen wir noch, okay, komm. Und jetzt sind wir auch schon in game. Ach, das ist diese Map, die kenne ich. Sully, hast du ein Schwert für mich? Nein. Oder du hast doch Eisenschwert, komm her. Oh, Sully, du bist... Oh, du bist der Beste. Sully, Sully, du bist der Beste. Oh, danke. Hey, warte auf mich. Hier, komm her. Du hast die Rechnung ohne Try-Move gemacht. Das passt sogar perfekt, die Rechnung ohne Try-Move. Ich komm her. Ich komm her. Ich bin hier. Nur Goldrüstung. Ich will erst ein Goldabflug. Oh, da liegen wir los. Was, Sully? Geil, gönn dir. Ich hab mal wieder gar nichts gemacht. Oh, was süßes, goldenes. Wir müssen darüber, Sully. Warte, warte. Das ist jetzt so ein Tipp. Karben ist eins. Noch big eins. Yes. Easy, busy, chauzy, pausi, Sully. Oh, Jesus. Hast du Wasser? Nein, hab ich nicht, Sully. Jesus, ich hab Wasser noch. Was soll ich, was soll ich machen? Bauen du zwei ab. Kann ich das? Sully, nicht sterben. Ich brauche die noch. Sully, ich brauche die noch. Easy. And his name is Try-Sale. Jetzt auch Werke ist geschafft. Da kommt einer. Über uns, über uns. Achtung, Achtung. Soll ich mir den Goldabflug entdecken? Ja, scheiß drauf. Ne, mach. Go. Ich schaff's sonst eh nicht. Das wird jetzt ziemlich spannend, Sully. Das wird jetzt ziemlich spannend. Der nächste kommt von hinten. Sind die beide das gleiche Team? Team 2? Team 2, die sind beide im geilen Team. Sully, nein, komm runter. Pass auf, die kommt von der Deckel vielleicht. Ja, sie sind so zweit. Ich hab den Tank gehört. Oh, Sully hat die Taktik hier. Ey, wir zünden den TNT an. Nein, nein, nein. Geh weg, da. Oh, shit. Oh, shit, Sully. Komm, 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 komm. Oh, nein, die, die, die. Sully. Der eine. Lüfen, lüfen, lüfen. Oh, komm. Oh, nein, 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 nein. Ja, nice. Wo ist der andere? Ich hab den runtergekickt schon vorher. Eis ab. Sully. Ein Punkt für dich. Sie sieht voll komisch aus mit dieser Rüstung. Sie sieht aus wie so ein Ogre. So ein kleiner Ogre, der wirklich jetzt schlägt, Sully. Ich schlag dich jetzt. So, wir haben nur noch einen zu töten. Das war easy, please. Sully, kannst du mir mal bitte den killen lassen? Ich hab null. Okay. Aber die matische, matische Berechnung für den Trizels besagt ihr immer. Gewinnchanze ist gleich. Minus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Komm her. Oh, ich komm her. Ah, er sortiert aus. Den können ich mehr, den können ich mehr, den können. Oh Gott. Sully, hau mich drauf. Ja, ich hab doch den letzten killen. Oh mein Gott. Toll er den killen lassen. Nice. Ich hab den kill. Ich hab den kill. Ich. Toll er den killen lassen. Alter. Aber die mathematische Gleichung sagt wieder was anderes. Ja. Sully, wir müssen nochmal zurück zur Schule. Wir können eindeutig irgendwie nicht richtig rechnen. Sully, ich weiß jetzt, woran das liegt. Ich hab die mathematische Gleichung für meinen Körper nicht einberechnet. Dann ergibt alles wieder ein Sinn. Wir müssen doch nicht zurück zur Schule. Aber Leute, das war's mit der heutigen Folge. Geil was? Ich hoffe, der hat euch gefallen. Der Sully kriegt gerade mal wieder einen Drehwurm. Aber danke, Sully, dass du mit dabei warst. Ja, bitte sehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr mit dem Sully wollt, lasst da um den Motor. Dankeschön. Ciao.